Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt nicht im Raum, Keiter, Jodl, Krebs und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Dass sie es wagen, sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint euch das einfach, Gell? Der Minister hat mich verlogen! Der Minister hat mich verlogen, sogar die ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen! Nie das verrechtliche Streude unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Bist das Feiglinge! Verreißer, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmolz des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Glaube hält! Jahrelang hast du mir die Formel der Aktionen gebehindert! Es hat mich jedenfalls festgelegt... Widerstand! Ich habe mich geleckt! Ich hätte gut daran getan! Und daran alle hoeren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war lieber von der Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, den Verrauber erobert! Verräter! Von allem Anfang an, wenn die zu verraten und betragen wurden! Es wurde ein ungeheuer Verrat gehübt am deutschen Falsche! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, er wird, dass es nicht der Fall ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Dann sind wir sie mal! Ich bin tickt! Ich bin tickt!